Ein besonderes Dokument zur Frühgeschichte deutscher Auswanderer befindet sich in Abschrift im hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden. 1822-23 war der Beauftragte des Kaiserreichs Brasilien, Georg Anton Schäffer, von Südamerika nach Deutschland geschickt worden, um Auswanderer nach Brasilien anzuwerben. Unter den Angeworbenen befand sich auch ein Mann, der einen dreiseitigen Brief von Neufreiburg in Brasilien nach Hause wohl im Amt Büdingen schickte, um den Daheimgebliebenen zu schildern, wie großartig es in Südamerika war. Wir bringen diesen Brief in kompletter Länge und dem Original wortlaut. Lediglich die zu kurios geschriebenen Ortsnamen wurden in die korrekte Schreibweise überführt, um den Inhalt besser nachvollziehbar zu machen. Neufreiburg, den 12. September 1824 Meine teuersten Eltern, Geschwister und Bekannte, Nachdem wir uns endlich hier häuslich niedergelassen haben, fühle ich mein Herz aus Drang, auch meine Lieben von unserer Reise, als auch von dem Lande, worin wir uns befinden, der reinsten Wahrheit gemäß Nachrichten zu erteilen. Unsere Reise war die beschwerlichste und gefährlichste, die in vielen Jahren gemacht wurden. Euch alles das Ungemach, das wir auf unserer Reise hatten zu schildern, ist unmöglich. Unter 100 Schiffen, die aus Holland zugleich mit uns abgingen, hatte keines eine so lange und gefährliche Reise. Am 19. Juli 1823 schifften wir uns in Holland auf den Helder ein. Nach Verlauf von 18 Tagen waren wir durch den gebrochenen Mittelmast und durch Sturm genötigt, abermals in Holland zu landen. 28 Tage vergingen, ehe wir wieder von Holland gehen konnten. Zweimal waren wir genötigt, zu Lande, um Proviant einzunehmen, nämlich einmal in Caos in England und das zweite Mal in Teneriffa, einer der größten von den kanarischen Inseln, wo wir von einem afrikanischen Seeräuber angefallen wurden, der uns aber, nachdem er sich überzeugt, dass wir lauter Kolonisten seien, nicht das geringste zu Leidetat. Kurz am 13. Januar des Jahres kamen wir trotz aller Leiden und Mühseligkeiten zu unserer aller Freude an dem Hafen von Saliro an, gemeint ist wohl Rio de Janeiro. Diese Hauptstadt des Landes, die mit Fremden über 400.000 Einwohner und 74 Kirchen zählt, ist sehr reich. Hier kann man alles haben, was man auf der Erde verlangt. Die Stadt Frankfurt ist nur ein Dorf dagegen. Sie soll sieben Stunden im Umfang haben. Ein Tag darauf kamen wir ans Land in ein sehr großes, kaiserliches Gebäude, worin wir zu essen und zu trinken die Fülle hatten. Zweimal besuchte uns der Kaiser und die Kaiserin. Sie waren sehr gnädig und redeten mit jedermann. Bis zum 28. April blieben wir hier, wo wir denn auf kaiserliche Kosten an unserem jetzigen Wohnort die Schweizer Kolonie Neufreiburg, 48 Stunden von der Hauptstadt, gebracht wurden, wo eine jede Person eineinhalb Jahre lang nebst freie Wohnung ein Frank täglich erhalte, wovon wir reichlich leben können. Während dieser Zeit ist jeder Kolonist verbunden, einen Teil des ihm angemessenen Landes zu bebauen, wie auch sich eine Wohnung zu errichten. Wo hier ewiger Frühling und Sommer herrscht, alles leicht gemacht wird und in sechs Wochen alles fertig ist. Land bebauen wir, so viel wir haben wollen, welches sehr gut ist. Die Luft und das Wasser ist gut und gesund. Alle Pflanzen, sie mögen Namen haben, wie sie wollen, gedeihen hier sehr gut. Das Wachstum ist unglaublich. Mit einem Wort, es ist ein irdisches Paradies. Und wenn man hier einmal eingerichtet ist, so braucht man nichts als Salz zu kaufen, das von der besten Qualität fünf Kreuzer das Pfund kostet. Kurz, meine Sprache ist zu arm, auch alle die hiesigen Naturseltenheiten und Schönheiten zu beschreiben. Ich habe in Verbindung zweier meiner Kameraden gestanden, wovon der Johanns Henrich ist. Meine Plantage, die zum Teil schon angebaut war, habe ich vor 50 Louis-Dorps gekauft, die mir mit lauter Subsidiengelder, die der Kaiser uns gibt, bezahlen. Und so haben wir bereits schon alles, was wir zum Leben Unterhalt bedürfen. Übrigens soll es uns in der Zukunft noch besser gehen, denn der Kaiser will kein Kreuzer Abgaben von uns haben. Im Gegenteil, er gibt uns noch. Die Schweizer, die vor fünf Jahren hier ankamen, sind mehrenteils schlechte Leute gewesen. Daher haben sie wenig Vorsicht gebracht. Diejenigen, die arbeiten wollen und sich nicht auf liederliches Leben legten, geben einen klaren Beweis, wie weit man es hier bringen kann. Es finden sich einige hier, die kein vier Gulden mit hierher brachten und haben jetzt 20 bis 30 Kühe, ein Gepferde, Maultiere, Schafe, etliche hundert Hühner, welsche Gänse, Enten, Schweinen und dergleichen. Diese Tierarten sind in keine Ställe eingesperrt, sondern das ganze Jahr hindurch in der freien Natur. Die freie Ausübung unserer evangelischen Religion, nebst einen deutschen Pfarrer, hat uns der Kaiser gegeben, mit dem wir sehr zufrieden sind. Dieser Pfarrer hat 14 Kirchenvorsteher erwählt, worunter auch ich bin. Er ist die Bewunderung aller Brasilianer und auch von uns. Es vergeht kein Sonntag, wo nicht die Gemeinde durch seine Vorträge aufs Enigste gerührt wird. Er heißt Friedrich Sauerbrunnen. Was die Seekrankheit anbelangt, die mir beinahe alle hatte, so ist dieselbe nicht gefährlich, befördert vielmehr die Gesundheit und kein Mensch stirbt davon. Von 286 Personen, die auf unserem Schiffe waren, sind elf mehrenteils kleine Kinder an den Rödeln gestorben, dagegen 16 geboren worden. Viele Grüße an Herrn Pfarrer Schulmeister und den ganzen Ortsvorstand und an das Amt Büdingen. Wenn unsere Freundschaft es so gut haben will als wir, so kommt zu uns. Wir grüßen euch alle nochmals herzlich und lebt alle recht wohl. Johannes Henrich und seine Frau, Peter Stanz, Heinrich Stanz und seine Frau. Der kleine Fritz ist dick und fett. Er lässt seine beiden Großväter herzlich grüßen. Auch Henrich und seine Frau, auch seine lieben Paten grüßt der kleine Fritz viel tausendmal.